Warum Raiko Katzenfutter? Wie auch bei uns Menschen liegt die Gesundheit der Katzen im Darm. Wenn dort etwas nicht stimmen sollte, sind Verdauungsprobleme, Ohrenentzündungen, Haut- und Fellprobleme oftmals vorprogrammiert. Leider wird in der herkömmlichen Futtermittelindustrie sehr viel Schindluder betrieben. Kaum einer kann heutzutage noch die undurchsichtigen Zusammensetzungen lesen, geschweige denn genau verstehen. Ob nun Zucker, Schlachtabfälle wie Federfell und Hufe ins Futter kommen, krebserregende Konservierungsstoffe oder kaum Fleisch. All das und noch viel mehr kann durchaus in einem herkömmlichen Katzenfutter vorkommen. Und dann brauchen wir uns auch nicht wirklich wundern, warum viele Katzen an den sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Nierensteine, Katzenschnupfen, Diabetes oder Krebs erkranken. Raiko, ein Familienbetrieb aus den Allgäu, Mitgründer und Tierheilpraktiker Konrad Reiber, geht mit der Verantwortung, hochwertige und artgerechte Produkte herzustellen, ganz anders um. Denn ihr Ziel ist es, Boden, Pflanze, Tier und Mensch ins mineralische Gleichgewicht zu bringen und damit den bestmöglichen Zustand für das Leben herzustellen. Lassen Sie uns jetzt gerne näher darauf eingehen, was denn das Raiko Katzenfutter so besonders macht. Es hat einen hohen Fleischanteil, es wird schonend zubereitet, es werden naturbelassene Rohstoffe ohne Gentechnik verwendet. Das Raiko Katzenfutter ist frei von Zuckerzusatz, Aroma und Konservierungsstoffen. Es wird die von Raiko einzigartige und patentierte Algenmischung, das sogenannte mineralische Gleichgewicht genutzt. Der Gründer Konrad Reiber bringt seine über 50-jährige Erfahrung als Tierheilpraktiker mit ein. Es ist ein artgerechtes Futter ohne Tierversuche. Es werden keine Schlachtabfälle verwendet. Es werden lebensmitteltaugliche Rohstoffe genutzt. Die Herstellung findet in Deutschland statt. Sie erhalten eine kompetente Beratung und einen praktischen Lieferservice. Bitte haben Sie keine Scheu und setzen sich bei Fragen oder anderen Anliegen mit mir unter den eingeblendeten Kontaktdaten sehr, sehr gerne in Verbindung. Tierische Grüße, Ihre zum Aufklären der Berufende Katrin Witt